hallo hier ist der gerhard und dies ist mein kanal kunst geht so schön dass du da bist die bilder vom meer naja was gibt es schöneres als dass man vom urlaub ein souvenir mitbringt an das man sich auch gerne erinnert vielleicht sogar noch an die wand hängen kann und ich habe es selbst gemacht und da ist natürlich eine welle wirklich ein tolles motiv und in acryl gemalt ist das gar nicht so schwierig das ist eigentlich nur hell dunkel kontrast und das ganze eben mit farben ausgemischt du hast gesehen dass ich das bild mit einer imprimatur begonnen habe denn das fand ich jetzt in diesem fall angebracht ja dass dann eine erdfarbe als untergrund ist dann kommt das blau über diese imprimatur und dann ist das bild auch schon ganz schnell angelegt und die wolken tragt am besten mit einer spachtel auf denn so gerade linien das sieht mit einer spachtel weit besser aus als wenn er das ganze mit pinsel irgendwie so hin dokt das und schon ist das bild fertig wir sind am ende des videos ich hoffe du hast lust bekommen zu bilder am meer schau dir diese pracht an das wäre doch schade wenn das keine bilder werden denn das foto bringt das nicht ganz so rüber denn die gefühle werden von den farben dominiert und da bräuchte ich ein größeres foto um das auch so rüber zu bringen also das wäre jetzt auch nicht so mein ding ja vielleicht hast du lust bekommen zu bilder vom meer neben nichts habe ich einen kurs und den verlinke ich unten und wir sehen uns zum nächsten video bis dahin bleibt und adios